Gibt's Spielannahme? Ich schätze den Preis. Was ist das? Du hast Eintrittskarten. Aber für was ist halt die Frage? Woher soll ich's dann wissen? Oh, ich bin gut! Aber Mika ist auch gut. Oh, das ist teuer, das ist arschteuer. Ich kenn mich da auch nicht so in so einem Nintendo Scam aus. Ich hab nicht gewettet. Ich hab nicht gewettet. Ich weiß nicht, dass es ein Sammlerstück ist. 70 Euro. Da bist du doch. Ich hab nicht gewettet. Oh mein Gott. Ich hab nicht gewettet. Okay. Oh. Oh mein Gott. Ich hab richtig Digger. Welche 10k? 10k Digger Mika. 10k für ein Wohnmobil. Ja, doch. 10k für ein Wohnmobil. Was ist denn? Solarzellen oder was? Die sehen nicht so teuer aus eigentlich. Ach so. Ah, nice. Was ist das? Was ist Hochleistungszulatzellen? Für 5 Euro? Ah, das ist Lego. Ich bin Brand richtig, sag ich dir. Doch. Es ist gebraucht. Ja, Bruder. Es ist seltene, seltene, seltene. Ach so, ach so. Es findet man nicht so oft in dem Wald. Oh, ne Cam. Nikon. Hm. Egal. Egal. Du kannst den meisten zu teuer. Oh, nice. Ich bin gut. Ich gewinn das Ding, ne? Ich bin vor Mika. Ich gewinn das Ding. Scheiße. Ey, Mika ist aber nur 3 Punkte hinter dir. Ja. Halt aus. Das ist voll teuer. Es ist nicht teuer. Ich hab die erste. Ich hab richtig. Ich hab richtig, ich hab richtig, Digga. Ein neuer Tag. Wofür? Wofür teilt du dir Geld? Ich hol' mir noch auf Digga. Ich hol' mir noch auf. Nein. War letzte Runde. War letzte Runde. Ach. Ach, war letzte. Ah. Das ist ja noch mal drin, oder? Söööö. Äh, ich will... Ich will auch noch mal rein eh. Söööö. Digga, was ist denn das? Erst seit irgendwie... Wir haben die Kategorie Selten oder so was. Ist aber brandneu. Braucht ihr nicht so viel. Er ist ein 12. Gut, ich bin jeder gut. Moin. Was? Oh, die ist aber keine echte. Ich sag, die kostet... Aber weißt du, dass es keine echte ist? Ja, das ist keine GoPro. Achso, ja, ist der Hölle. Ich hab keine Ahnung, was eine GoPro kostet. Was? Aber nein. Digga. Ich glaube, ich gebe zu allem. Ich nehme 61 Punkte mit. Auch wieder schlecht. Warum die ganze Zeit so ekelhafte Laptops? Warum sind da Schraubenzieher dabei? Digga, Nick, jetzt mach dich mal ab von der ersten Position. Nee, Digga. Was war's denn? Ja, okay, Digga. Was haben wir denn da tippen? Bro, keine Ahnung, was das heißt, ne? Ich hab von den Joker. Von mir auch. Oh. Ich hab den's für den Preis. Digga, nichts ist brandneu, ne? Achso, dann. Ich glaub, das kostet nicht viel. Ich glaub, das kostet nicht viel. Ach, Digga. Wie kann so ne Scheiße so sein? Digga, Mika, du bist so scheiße. Das werden voll unge котор kippt. Das auch nicht mehr. Oh. Oh. Ist aber gebraucht, ne? Ich sollte aber gedenken. Ist gebraucht? Oh, das muss ich nicht gedenken. Nee, ich kann jetzt nicht mehr runter gehen. Scheiße, ich wollte 25 machen. Ey, mit 25 wäre es so gut dabei gewesen. Oh mein Gott! Ich hab 25. Ich konnte es nicht mehr ändern. Ey, Ben, wie ist es ab und zu? Digga, letzte Runde. Letzte Runde, Nick. Okay, ist es wein? Doch nicht? Oder ich weiß es nicht. Digga, ich bin wein, ich bin Parfüm-Kent. Oh, oh, oh. Bitte, Digga, bitte, Junge. Nein! Digga, Nika, warum bist du so gut? Ich kenn Parfüm, aber es bringt eh nichts mehr. Ich komm ja eh nicht mehr hoch. Es war elektronisch. Aber Parfüm weiß man, so ungefähr. Digga, du kennst nicht so gut mit Parfüm aus, ne? Digga, LG-Fans, der versteckt sich... Ich weiß es, ich weiß es. Ah, ich weiß es doch nicht. Oh mein Gott. Sorry. Aber es brandt neu. Alle. Es sind 8a, würde ich sagen. 8a? Ich bin der Beste! Digga, du hast es ja fast genau, richtig? Einen Cent. Aber 8a ist okay, gewiss. Ey, ich hab erst gut mit 8a. Es sind Waschhandschuhe, Waschhandschuhe sind schon cool. Es sind underrated. Was ist das? Spyling. Laclaire. Digga, du hast es doch immer ASI teuer. Nein. Nee, wenn es jetzt nicht so teuer ist. Nee, wenn es nicht so teuer ist. Okay. Null. 40 Euro. Du weißt nicht mehr was es ist, aber Europa war. Nee, wusste ich auch nicht. Nice. Ich glaube ich mache ein Highlight-Video daraus, Mika. Was sagst du dazu? Digga. Hä?! Ich bedichte den genauen Preis jetzt. Äh, gibt's nen Joker von mir. Ah, schade. Ich hätte 50€ oder so gesagt. Maskes, das will jeder. Mein Buch kostet immer so irgendwas hier rum. Oh Gott, oh Gott, hab ich mich verschätzt. Oh, Nick, stark. Jax. Wir rennen. 30 Euro für Maskes. Nice. Warum krieg ich bloß 0? Was ist denn das? Ist das ein Scheck oder sowas? Ja, ehrlich. Nee, das ist glaub auch eine Ticketkarte. Oh, ja, wahrscheinlich. Eigentlich bestimmt, ne? Guter Joker, guter Joker. Guter Joker. Taktischer. Ehrlich, guter Joker. Oh, das ist ein... Ah, ihr wisst wahrscheinlich, was das ist. Nein, ich weiß nicht. Ist doch so ein Lichtschalter, oder? Das ist ein CPU, ist ne CPU, Jungs. Ach so, seit wann kann man den CPU für 4,20 Euro kaufen? Ich hab einfach 3 Euro. Dicker. Dicker, die kommt aus Dubai. Ich mein's ernst. Ich glaub, das wird ein Lichtschalter. Gut, gut, guter Lichtschalter. Bis gleich. Bis gleich.